hallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von ja und zwar sind wir in einer verfolgung sagt sie zwar nicht so aus ich aber so und zwar haben wir scheiße geparkt weil jemand hat uns gemeldet voll heftig und da da kommt jetzt die polizei ich habe ja nicht mal die möglichkeit ab zu hauen traurig ich hatte wirklich die möglichkeit gas zu geben oder sonst was okay gut gut zu wissen aber das aber ausprobiert wenn es mal brennst geschwindung bis man einfach gas geben und abhauen aber ja hier hier dass das war mein parkplatz ach du scheiße schon wieder hier da diese tuste die hat mich gemeldet weil ich angeblich kann kacke parke muss man muss man abhauen eigentlich wollten wir ja teller zerschlagen aber aus irgendeinem komischen grund finde ich diese teller nicht die leute wüssten wo ich manchmal parke okay aber erstmal bei der hause gehen und aha so wird dann die verfolgung sagt abgeschossen so und jetzt sollen wir teller zerschlagen aber wo findet man denn diese teller gibt es bestimmt hier war der neue bekammer und ding ist die türen nee das ist sie nicht da nee hier nee ich weiß es auch nicht oh guck mal wir haben noch einen skill punkt dann zu vergeben wo zur hölle sollen wir jetzt türen zerschlagen ich glaube bakers war das ne ich glaube bei bakers oder die teller zerschlagen das machen wir jetzt ja ich liebe mein auto beste beste jetzt sagt ich da unten läuft ein käfer aber das sind wir ein bester auto honda civic jetzt mein honda civic an sich ist ja wahrscheinlich kein schlusses auto aber unser auto guck mal wir sind immer noch in der verfolgung ich weiß auch nicht nein ich weiß halt auch nicht wo wo das sein sollte bakers hier da da will ich hin nein das zeigt mir nichts an versuchen wir es einfach mal ja ich bin ja auch immer straßennamen gentleman schau da sind auch hausnummern 100 301 da müssen wir selber suchten der wahnsinn 107 108 da 110 seltsam geparkt ja da müssen wir diesmal ein bisschen aufpassen wie wir parken so hier wird bestimmt keiner was sagen so tür zu sonst klaut dass jemand das auto okay hinein mit uns schauen wir mal hallo und kann eigentlich hier nicht drüber klettern also können um die ecke gucken noch nicht 110 er bekommen wir denn da jetzt rein wird es schon tag zwitschern die vögel und so ach schau her hier hat er uns gesehen hier waren wir schon mal alter schwede das war knapp heute hat das fenster wieder er hat wieder sein kochding der hat den bestimmt bei dem laden da gekauft vielleicht wird mir erst mal gucken ob jemand da ist bevor wir scheiben einschlagen so schauen wir mal ich will ich will aber nicht hier dann stehen und die teller kaputt machen während da einer rein kommen ne ich weiß nicht wie das ist ich weiß nicht wie das ist die nach hause kommen können also jetzt würde ich sagen die luft ist rein ich habe gerade gehört dass du überhaupt nicht wissen wie eine lache zu holen sie lernen die basierungen ich bin sicher dass du jetzt genug skilln hast jetzt sehr gut er ging da gerade eine tür auf so schnell hier rein die pfanne muss noch mit was inventar ist voll das gibt es ja nicht jetzt hauen wir ab wieso kann der hier nicht drüber klettern das dorf klacks das schaffe ich sogar mit 80 noch na gut können wir da jetzt einfach durch die tür gehen weil sieht dann wahrscheinlich so ein bisschen aus als wäre es unser haus ach so hier ist abgesperrt na hier wärst du dämlich nächstes fenster offen so ich bin stexarok so okay dann weiß ich nicht was müssen wir jetzt machen ach so jetzt hätten wir schlösser knackten level 1 lernen sollen ja es gibt halt viele möglichkeiten würde ich sagen aber warte mal skills was haben wir denn hier schlösser knacken lernen das hätten wir auch schon machen können hätten wir hätten wir eigentlich gleich das tor öffnen die tür öffnen können naja also hätten wir nicht gekonnt weil wir gar keinen kein dietrich haben so dann fahren wir nach hause da schaut mal die wunderschöne sexy turn antenne da oben meine güte ist das super hauptsache hat der civic eine antenne das ist wichtig so nach hause dann kaufen wir uns dieses die do it yourself lockpick ja so bei dem computer da hier kaufen können wir uns sogar leisten da freut sich irgendwie bevor ihr gebt yourself into trouble try it on a training lock i left one in the garage hier ich bin nicht gespannt wie funktioniert das jetzt gut gemacht so alltagsroutine von anwohner wenn du nahe genug dran bist kannst du ein anwohner markieren um seine alltagsroutinen kennenzulernen vorstellungsrollrat verfolgung sagt okay du hast einen guten job auf dieser alten tv in dem emperten haus um sieben uhr ja das ist erst morgen jetzt können wir noch mal üben das ist ja eigentlich ziemlich simpel gell na gut dann warten wir jetzt also schlafen wir jetzt bis keine ahnung fünf da kann er jetzt mal lange schlafen so richtig ausschlafen okay ist es jetzt fünf wahrscheinlich okay ab ins auto motor schaden give you äh review beobachten wir die mal ich weiß nicht wie lange man auch dahin fährt ne weil der tag war jetzt ja relativ flott um das war jetzt schon ratzfatz können wir das irgendwo sehen die flur wir haben ähm ah da 5 uhr 22 naja je sekunde eine minute so jetzt tun wir die 111 und wir sollten sie beobachten ab 7 uhr das machen wir da ich habe Angst immer falsch zu parken weil man hier überall nicht stehen bleiben darf glaube ich wo kann ich denn parken warte mal da ist ein parkplatz steht ja dann glaube ich sollten wir lieber da parken warte ja so klappe zu aber verdor so 111 Okay. 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 There's a box in there. Wait for them to leave and get me that box. Ach, man kann auch packen. Schau her. Okay, also man beobachtet den sozusagen, ja. Und dann sieht man, was er gerade, also wie das Verhältnis ist. Er ist relativ viel im Wohnzimmer. Jetzt sollen wir warten, bis er weg ist. Wann geht er denn weg? Hallo. Ha. Huhu. Hallo. SOS, SOS. SOS. Der fühlt sich ja überhaupt nicht beobachtet. Ja. Wolltest du nicht weggehen? Dann setzt sich wieder hin, der Düdel. Da stand man kann im Auto schlafen, das machen wir jetzt mal. Und jetzt? Aha, einfach Space drücken. Bis... Wollen wir mal 10. Wollen wir mal 10. Ja, grüß Gott, ne? Öh, das sieht auch aus wie so ein Verbrecher, oder? Na gut, schauen wir mal. Ist er noch da? Ne, er ist weg. Wo könnte es... Ist es der vielleicht? Hm. Nein! Mein Inventar ist voll. Ha! Scheiße! Ich dusel. Ich komme gleich wieder. Haha. Mein Inventar ist voll mit Töpfen. Ich dusel. Natürlich muss ich die erstmal leer machen. Willkommen zurück. Kachtopf für dich und dich. Hier wieder mal mit noch nichts zu machen. Die Toaster, dann hat's schon mal durch verkauft. Kannst du da ab und die solche... Ach, das kostet Motorola! Hallo! Motor... Ach. So, okay. Zurück nach Greenview. Ah, wie dämlich. Natürlich gar nicht die Kisten, so ein Essen. so nicht mitnehmen, wenn meine Tasche voll ist. Ich hoffe, ich kann nicht irgendwann mal mehr mit mir rumschleppen. Das wäre eigentlich ganz praktisch. So. Wo sind wir denn jetzt? Hier oben. Dann komme ich nicht da zurück, wie ich da runtergefahren bin. Naja, ist ja gut. So, bestimmt ist der jetzt wieder zu Hause. Bestimmt nur so einen Stunden Arbeitstag. Oh! Oh! Schaut mal, wir haben eine richtige Delle vorne und wir haben ein Schild umgemäht. Ich hoffe, das hat keiner gesehen. So. Am besten so rumstehen, dann sieht das auch keiner. Diese Latte... Warte mal, Tür zu. Diese Schild ist einfach umgefallen und voll auf meine Mutterhaube gefallen. So war das. Ihr habt's gesehen. Ihr wart dabei. So, schauen wir mal. Ist weg. Schnell rein. Möchte ich auch wieder offen. Die ist mal über die Kiste mit. So, schauen wir mal, was wir noch finden. Einen Topf, natürlich. Der Typ ist... Oh, im Fernseher wartet. Im Fernsehen nimmt man noch mit. Meinen Sie, das ist auffällig, wenn ich so auf der Straße rumlaufe? Das ist ja voller Säufer. Da schaut man Radio. Super. Der arme Kerl, der wird bald kein Fernseher mehr haben. Oh! Oh, weiter kommt jemand. Ich hoffe, der kommt nicht hier rein. Na, das könnte natürlich der Besitzer sein, ne? Ah, der ist schon vorbei. So, wo ist der Fernseher? Ich wollte nicht unbedingt da so lang. Aber hier kommen wir ja nicht raus. Scheiße. Wir sind doch die Eingangstür. Wir müssen halt schauen, dass wir da vorbeigehen, wenn keiner da läuft. Weil ich glaube, das sieht nicht so gut aus, wenn wir da aus diesem Hauskonstrukt hier rauslaufen, wenn wir den Fernseher unter dem Arm haben. So, warte, wir lassen den vorbeigehen. So. Jump! Schneller! Einfach so den Fernseher mitgenommen. Eigentlich sollten wir nur die Box mitnehmen. Nein, wir nehmen auch noch den Fernseher mit. Wenn jetzt jemand fragt, sagen wir einfach, der ist von Max. Den, äh, den dürfen wir haben. Jetzt stell den blöden Ding da rein! So, den will doch kein Mensch haben, den Fernseher. Außer dem, den der Fernseher gehört hat. Oh, wie geil! Wir haben jetzt den Fernseher geklaut. Damit kann ich die Delle bestimmt bezahlen. Äh. Wum, wum. Boah, krass. Man kann geil driften mit dem Wagen. Wum. Naja. Manchmal zumindest. So. Ja, geil. Ich weiß, weil ich was von dieser Kiste drin ist. Ist mir aber auch egal. Ich hab's geschafft. Und die Fernseher haben wir auch noch gleich mitgenommen. Wir sind schon so ein Schlingel. So, den stellen wir jetzt auf die Hebebühne. Na gut. Was jetzt? Verschicke die Box über Black Bay. Okay. So, Black Bay. Sonst ist wahrscheinlich hier. Ich hab' aber viel Geld dafür gegeben, dafür, dass er nicht wusste, was da drin ist, ne? Ein Router. Das sind so die Standardsachen, die man klaut, oder? Wum, wum, wum. Die Lombardis think their friend on Greenview needs a new window, but they think the one they got's fine. Go prove them wrong. Okay. Wie ist das jetzt eigentlich? Kann ich den Fernseher einfach da stehen lassen, oder klaut mir den dann jemand? Okay. Ja, warum kann ich den jetzt nicht hier verkaufen? Ach, das ist gesucht. Ah. Ja, das wird gerade aktuell gesucht. Deswegen kann ich den jetzt nicht verkaufen. Wo den gerade aktuell gar keiner haben will. So, was haben wir denn hier? Schaut mal hier, das ist ja Wahnsinn. Das ist so toll gemacht. Gemälde zerstören. Der Mama. Nochmal hier. Oh, das ist toll. Das macht mega Spaß, muss ich schon sagen. Automatischer Lockpick. Schaut mal her. Jubiläerwerkzeug. Safe. Knackerwerkzeug. Aha. Glasmesser. Hacking Tools. Pickpistole. Ach, für Autodeep. Ach, das ist klar. Mikrokameras. Ferngläser. Funkschlüssel. Für Autodeep. Ja, das ist schon krass. Wir werden eine krasse Karriere machen. So. Vielleicht kriegen wir ja dann tatsächlich irgendwann ein neues Auto. Aha. Okay. Dann. Gehen wir jetzt wieder in die Kredi. Street. Und, äh. Ja, wir sind uns in der nächsten Folge. Also, es macht echt Bock. Ich bin mega gespannt. Ähm. Und in der Beschreibung ist ein Link zu dem Spiel. Wenn ihr euch selber auch holen wollt und selber Verbrecher spielen wollt. Tut euch kein Zwang an. Wir sind uns. Ciao, ciao.